Was geht, was geht, was geht meine Freunde und herzlich willkommen bei deinem Swishy. Wir sprechen heute über World War 3, also quasi einen direkten Konkurrenten zu Battlefield 2042. Ich hatte ja bereits schon beim September, Oktober letztes Jahr über das Spiel gesprochen, bereits da mein erstes Fazit zugegeben, war aber damals noch nicht ganz so begeistert. Nur nochmal nach zahlreichen Patches ist das Ganze wirklich deutlich besser geworden und die Hoffnung wirklich für Battlefield-Fans. Mehr dazu natürlich wie immer im Video zu World War 3 bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zu Shooter in aller Art zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Wir sprechen heute über die wichtigsten Fakten und wir sprechen vor allem auch darüber, was sich geändert hat. Wir sprechen heute auch darüber, was für Battlefield-Fans im Allgemeinen sehr interessant ist und was eventuell Battlefield-Fans noch stören könnte. Ich habe auch in der Beschreibung nochmal mein Video verlinkt, wo ich genauer über den Umfang und vor allem die Inhalte von World War 3 spreche. Heute geht es eher darum, was sich nochmal geändert hat und vor allen Dingen, warum ich das Spiel jetzt so extrem empfehlen kann. Der Umfang war immer gut von World War 3. Es gibt sehr viele Maps, es gibt sehr viele Waffen, unfassbar viele Aufsätze, ein Kosmetik-System, was sehr realistisch ist. Man kann sich so zum Beispiel durch Sturmhauben oder zum Beispiel auch durch Helme, Tarnungen und vieles weiteres seinen Soldaten zusammenbauen und auch quasi verändern, aber nicht lächerlich. Keine Elfen-Skins, keine Weihnachtsmann-Skins, sondern einfach Soldaten mit verschiedenen Tarnungen und eben Ausrüstung. Es sieht halt einfach realistisch aus und bringt halt trotzdem noch den Reiz der Cosmetics mit. Das Spiel befindet sich noch in der Closed-Beta-Phase. Es geht jetzt bald in die Open-Betas, sind nur noch wenige Tage bzw. vielleicht wenige Wochen. Der Starttermin wurde nochmal ein bisschen verschoben. Aktuell kann man sich eben den Closed-Beta-Zugang für knapp 12 Euro kaufen oder man wartet eben noch eine gewisse Zeit, bis das Spiel dann kommt. Aktuell ist das Spiel nur für PC geplant, also für Konsolen kommt es aktuell nicht. In meinen Augen ist es aktuell der beste Battlefield 2042-Ersatz. Natürlich mit Problemen, ist ja auch noch eine Beta. Aber das spaßigste Erlebnis, was es aktuell gibt, in Richtung Battlefields. Wir suchen ja aktuell das Trostpflaster für Battlefields. Heißt irgendwie was, was in Richtung Battlefield geht. Heißt mit Fahrzeugen, Infanterie-Gameplay und, 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 und. Und World War 3 bietet das für meinen Geschmack aktuell am besten. Natürlich gibt es noch Battlefield 5 und Battlefield 4, aber die mal außen vor gelassen. Wir reden jetzt wirklich nur von den neueren Spielen. World War 3 kann man wirklich unfassbar vielen Maps, selbst in der Open-Beta auftrumpfen, sogar mehr als Battlefield 2042. Es gibt extrem viele Waffen, super viele Waffenaufsätze, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten sowohl an Soldaten als auch an Waffen und es ist wirklich absolut gut geworden. Das Gunplay fühlt sich sehr gut an. Es ist ein bisschen, sagen wir mal, Hardcore-lastiger. Es gibt zum Beispiel Friendly Fire, was wir nicht ausschalten können. Man kann sich nach links und rechts lehnen, aber man kann auch zum Beispiel durch die Gegend rutschen mit Crouch, also quasi mit Ducken, genau wie im Battlefield 2042. Es gibt Killstreaks wie in Call of Duty. Es ist wirklich ein bunter Mischmasch aus allem, aber das ist wirklich sehr gut gelungen, weil keines so wirklich überwiegt. Und es wirkt dadurch zwar vertraut, aber irgendwie doch frisch, weil der Mix zwischen den ganzen Genres, beziehungsweise eher den Spielen gut klappt. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge und natürlich auch so mit Fahrzeug-Gameplay. Es gibt zahlreich Schützen, Panzer und Panzer. Teilweise gibt es auch Helikopter und Flugeinheiten, also Drohnen. Die sind aber nur zum Teil selbst steuerbar. Also wer zum Beispiel Jet- oder Helikopter-Gameplay erwartet, das bietet World War 3 zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Ich werde die nächsten Tage auch mal World War 3 streamen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash swishy-time. Einmal vorbeischauen in der Beschreibung ist dort auch verlinkt. Dort werde ich das Spiel auf jeden Fall auf meinem Stream spielen. Es gefällt mir aktuell sehr, sehr gut und es gefällt mir deutlich besser als noch letztes Jahr, wo es mit sehr vielen Sound-Problemen zu kämpfen hatte, Performance-Schwierigkeiten. Das wurde mittlerweile sehr gut in den Griff bekommen, ist meiner Meinung nach der Hoffnungsträger in Richtung Battlefield und ist meiner Meinung nach mehr eine Battlefield-Hoffnung als Battlefield selbst, wenn der Mann Battlefield 7 kommen sollte. Aber genug von mir an der Stelle. Was sagst du zu dem Thema? Wie gefällt dir World War 3? Beziehungsweise hast du schon mal gespielt? Schreib's mal unten in die Kommentare, dass ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns zu Livestreams auf Twitch und auf YouTube. Haut rein, euer Swishy. Bis zum nächsten Mal.